Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben mal VR Lunge Night uns angeguckt und mit VR meine ich der Hoshi und ich. Und wer den Hoshi noch nicht kennt, den Kanal werde ich unten mal verlinken. Der macht auf seinem Kanal Retro Gameplay, VR Gameplay und teilweise sehr witzige Videos. Und schaut auf jeden Fall mal rein, lohnt sich. Und ja, der ist auch beim VR Pack. Wer das VR Pack noch nicht kennt, den Kanal werde ich jetzt auch mal verlinken. Da sind wir auf 5 VR YouTuber. Das ist der Hank, der Andy Man, der Chris Reality, Hoshi82 und meine Wenigkeit. Wir machen zusammen den VR Pack YouTube Kanal. Wir sind aber auch auf Twitch und Mixer vertreten. Wir haben da eine News Sendung. Wir haben Livestreams. Gestern zum Beispiel haben wir Keep Talking and Nobody Exploit gespielt. Da waren wir zu viert. Einer saß vor der Bombe im VR Headset. Die anderen haben eben durch dieses Handbuch Infos gegeben, wie die Bombe zum Entschärfen geht. Und hatten echt Spaß. Und ja, Community ist auch immer dabei im Live Chat. Und hat echt Spaß gemacht. Und das macht das VR Pack aus. Also wir versuchen mit mehreren Leuten zusammen einen Kanal zu machen und zusammen auch Spaß zu haben. Und ja, ich hoffe das gelingt uns auch ein bisschen. Schaut einfach mal auf den Kanal. Und ja, wenn euch das gefällt, was ihr da seht, abonniert uns doch einfach mal. Wird uns echt freuen. Und kommen wir aber mal wieder zurück zu VR Dungeon Night. Und ja, es ist immer noch in der Early Access. Das merkt man auch leider. Wir hatten kleine Performance Probleme, sag ich mal. Also das Spiel lief nicht wirklich flüssig. Und wir haben nicht die schlechteste Hardware. Also der Hoshi hat das gleiche Problem gehabt. Und da müssen die echt noch dran arbeiten. Wenn das mal flüssig läuft, wird es mit Sicherheit richtig, richtig gut. Man hat echt viel Auswahl an Waffen. Also man hat einen Bogen, eine Armbrust. Man hat Schwerter. Man kann ein Schild benutzen, eine Pistole, eine Muskete. Man kann als Magier spielen. Man hat da so einen Magierstab, mit dem man schießen und schlagen kann. Man hat Magiebücher, die leider noch nicht so gut funktionieren. Also das muss man aufladen, dieses Magiebuch. Dann hat man in der anderen Hand halt das aufgeladene Feuerball oder einen Blitz. Man muss den schleudern oder wegschießen. Und das Schießen, das geht in alle Richtungen, aber nur nicht dahin, wo man hin will. Und ja, wenn das noch so ein bisschen optimiert wird, dann macht es auch Spaß, den Magier zu spielen. Ansonsten echt cooles Game. Und vom Look her so ein bisschen Comic-Style drin. Mir gefällt der Look tierig. Und ja, wie ihr seht, hat auch größtenteils echt positive Bewertungen. Es wird auch immer noch upgedatet. Also es kommen immer wieder Patches raus. Nicht, dass ihr jetzt denkt, okay, das Spiel ist von 2017, das ist komplett liegen gelassen. Nein, die arbeiten weiterhin daran. Und ist auch momentan im Angebot für 14,99. Guckt euch aber das Gameplay-Material mal an. Vielleicht gefällt euch das Game und ihr sagt, okay, das würde ich mir auch gerne mal angucken. Und ja, wie gesagt, ich würde jetzt sagen, viel Spaß beim Gameplay und los geht's. Ja, Hoshi, sollen wir in den Dungeon rein? Ja. Los. Oh, sehr dunkel. Da ist schon ein Gegner. Vielleicht treffe ich den. Nein, natürlich nicht. Stirb! Ha! Alter, ein Schlaf und ich bin halb tot. Ist doch irgendwas verkehrt. Haben wir irgendwie Nightmare-Dungeon oder sowas an? Ja, wir sind eigentlich in einem normalen Dungeon. Es gibt noch einen harten Dungeon. Boah, ist sehr dunkel hier. Ja, also bei mir ist alles grau, weil ich fast tot bin. Okay. Ein Schlag und ich kippe sofort. Also der nächste Schlag und ich bin weg. Die Kisten können wir natürlich zerschlagen, da kann Geld drin sein und so. Ha! Nimm doch mit. Hä? Wow. Ich würde das Geld mitnehmen, ist die Lose. Ha! Boah, der Zauberstab ist geil. Gefällt mir. Da hinten ist noch irgendwas. Stirb! Hast du ihn erledigt? Vor mir ist noch zwei down. Das Problem ist aber, ich kann nicht mit einem Schwert schlagen und gleichzeitig bewegen, weil alles auf einem Touch-Controller ist und ich kann nicht mit rechts kämpfen. Oh, das ist ja blöd. Oh, ich hasse das. Wieso bauen die so eine Scheiße in mich ein? Äh, muss ich versuchen, ob ich mit rechts kloppen kann. Wir können die Entwickler ja noch anschreiben. Spiel, das gibt es doch schon so lange. Ja, vieles haben die einfach nicht auf dem Schirm, ne? Oh, was ist das hier? Nehme ich denen jetzt Geld mit. Achso. Bei mir steht jetzt Blast. Keine Ahnung. Geh mal hier, vielleicht kannst du hier dich aufladen. Oder weißt du, wer das ist? Steht da nur noch Wounded statt... Jetzt steht da Blast. Ja, bei mir auch. Ist ja schon mal nicht schlecht. Also kaputt ging es schon mal nicht. Hier muss ein Schlüssel sein. Ja, kann auch sein, dass wir zurück müssen. Da war noch eine Tür links und rechts. Lass uns dann mal gucken. Okay, ist zu. Dann liegt dein Schlüssel. Aber du warst schon ganz oben gerade da, ne? Hast du da irgendwas gesehen? Ne. Also ich vermute, dass hier irgendwas ist, weil da die ganze Zeit was flüstert. Aha, hier. Waschie, du hast es. Können wir mal die Augen aufmachen. So, jetzt. Du bist still. Da. Es kommt. Dahinten geht wieder was ab, ja. Ich habe nicht getroffen. Ich auch nicht. Schieß, schieß, schieß. Jetzt hast du aber getroffen. Cool, die, meine Magie fehlt, das wird immer. Alter, der Köcher sitzt auch, der Köcher sitzt auch richtig beschissen hinten auf dem Rücken. Weiß nicht, wo du hingreifen musst. Ich werde nass. Ich werde nass. Ich habe das Gefühl, Performance könnte ein bisschen besser sein. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen, ganz bisschen, also es könnte besser laufen. Ich könnte vielleicht auch das Super-Septic runterstellen, aber es hat sonst in solchen Spielen nie Probleme dabei. Was ist eine Falle? Da müssen wir aufpassen. Ach so gefällt es mir eigentlich relativ gut, wenn es ein bisschen optimiert wäre. Okay, jetzt habe ich dich angeschossen, weil ich wollte nach vorne schießen. Steht aber noch. Wow. Stirb. Ich wollte da draufschlagen. So, mal gucken, was hier ist, aber okay, da geht es nicht weiter. Hier höre ich wieder so ein Flüstern. Ich höre kein Flüstern. Man kann erst relativ spät um die Ecke gucken, ne, oder? Ja, drück mal auf die Tür. Alles klar, ich muss gar nicht mitgehen. Ich stehe jetzt zehn Meter hinter dir. Weil ich der Host bin, ne, wahrscheinlich. Ja. Oh, da ist schon was. Und down. Also, ich weiß nicht, der Stab, wenn man einmal trifft, ist es, äh... Der ist ein bisschen OP, kann das sein? Ja, aber wenn man nicht trifft, ist es... Ja, das ist natürlich dann... Weil der schießt relativ langsam. Da kämpft Hoshi um sein Überleben. Okay, da geht es eine Treppe hoch. Hier, hinten, hier. Stuhl. Sollen wir hier nochmal eingucken? Bevor wir hochgehen? Nee, Moment. Die Tür, die du durchgehst, da kannst du nicht wieder zurück. Es gibt nur einen Weg. Ja, dann gehen wir hoch. Aber wir müssen uns entscheiden, wo wir lang wollen. Ja, hoch ist besser. Hoffentlich. Hier ist nix. Hier ist wieder eine Tür. Da ist auch eine Tür. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, entweder da oder da. Was sagst du? Hier sind Ranken. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Scheiße. Ich komme mit. Ich komme mit. Ich muss doch... Hey. Schießt du auf mir? Ja, lass uns einfach die unterste Tür nehmen. Scheißegal. Wir kacken eh beim Boss. Okay, da ist... Da ist eine grüne Drecksbrühe. Ich schieße mal drauf. Kann man dann wieder zurück? Ach so, wir sind ja auch doof. Hey, warte, warte. Warte, warte. Hat das ein Rang, meinst du? Jetzt habe ich das Problem. Ich möchte gerne den Stab wegmachen. Ach so, ich muss da hin. Aber es geht nicht. Ach, schmeißt du die blöde Pistole weg und tu sie vorne an den Gürtel. Kann ich auch mal probieren. Inventar, ne? Ja. Nimm. Okay. Jawohl, jetzt sticht er mir zwei in den Hals und ich kriege keine Luft, aber ist egal. Ja, ist egal. Es muss so. So, wie komme ich denn jetzt an die Ranke? Ah, okay. Wie komme ich denn jetzt hier an die Ranke? Das traf ich jetzt gerade nicht. Teleportieren, sagt das Spiel, ist... Hä? Ich kann natürlich auch teleportieren. Oh, das ist ja auch einfach. Ah, ich auch. Du, du, du. Ach, da. Wir bringen uns hier voll ein ab. Das ist ein bisschen zu einfach jetzt. Das war ein schwieriger Dungeon. Der war Hölle. Oh, wenn du durchgehst, brauche ich auch nichts machen. Oh, scheiße. Wow. Okay. Indiana Jones. Wey. Wey. Warte mal. Der will teleportieren, oder? Was machst du? Okay. Ne, da müssen wir schon... Wir müssen das schon glaubhaft hier vermitteln, das Ganze. Du bist Level 3. Hättest es auch einfach vorgehen können, und ich hätte gewartet, wäre ich auch in den nächsten Raum mitgekommen. Da kommt was Böses. Ich schieße. Renn weg. Nein. Nein. It's a servant of the Necromancer. Fight him with everything you've got. Ich hab' ihm grad in den Kopf abgehauen. Also... Oh geil. Könnte ich ja voll den großen Boss an, du schießt einfach drauf und weg ist er auch. Das ist echt krass. Also der Magiestab ist okay. Ja, warte mal. Hinten war auch noch ein Gang. War da noch was? Das hört sich so an, dass das Spiel dann nicht mitgekriegt hat. Das soll die Sonnenraum. Das ist was. Okay, die Musik ist weg. Das hat er so was von Zelda, ne? Der Gegner kommt und dann... Links, da, links sind Gegner. Mal einfach mal. Weil die Ränder ja rein so dumm gehen, wie sie sind. Ey, das ist ja wie ein Bazooka hier. Boah, schöne Bluteffekte. Okay, links oder rechts? Alles mal hier rechts. Choose your destiny. Hier kann man noch durch? Ne, doch nicht. Oh. Oh oh. Das ist nicht gut, ich schieße da drauf. Da unten ist auch noch was. Okay. Da unten ist noch was. Ach du Scheiße. Ich schwemme da hin, ich hoffe. Macht der Ding kaputt. Okay, hat gestoppt. So ein eigentlich ganz cooles Spiel. Da ist ein Schwert. Zwei. Da steckt auch noch eins in der Wand. Das kann ich wieder machen. Bei der Macht von Greyskull. Ich habe die Kraft. Oder auch nicht. So, wo geht's weiter? Da ist eine Treppe. Ich kann nicht klettern. Oh, mit, mit. Ich muss das Schwert loslassen. Ah. Das Geld. Das ist ein Trap. Ich sehe nur. Kann auch sein. Ich weiß gar nicht, auf wie viel ich das. Oh Alter, hier liegen so viele Schätze rum. Super Sampling gestellt. Aber war. Wow. Halte ich mich erschrocken. Ach, ein, ach, das ist ein Skill-Token, den ich gefunden habe. Nein, ich sehe nichts, den kriegst du. Okay, rollen du erst mal ab da. Da unten ist noch einer. Habe ich mich eben erschrocken? Da stehen die auf einmal neben mir. Okay, das hat nicht funktioniert. Mach du den mal alle. Ich gucke mal zu, wie du den alle machst. Guckt euch an, wie der Hoshi zuschlägt. Das ist bei Bladed Sorcery, aber schöner. Ja, gut. Das kann man leider nicht vergleichen. Wäre cool, wenn ihr in das Spiel so wäre, ne? Ja. Sollten sie nicht mal die nächsten, die so nahkampflich machen, mal. Den kann ich davon übernehmen. Warte, ist das? Ein Schinken? Aber hier sind immer blessed. Wenn wir blessed sind, brauchen wir nichts essen. Da geht es noch weiter irgendwie? Das sind halt Profis. Hier sind auch Kisten. Da sind auch noch Kisten? Schieß. Ich weiß gar nicht, warum ich den Köcher mitgenommen habe. Ich treffe den Bogen. Kleines Licht. Kleines Licht. Was ist das da? Achso, das sind geschossen. Kisten. Denen nix drin ist. Echt? Da zappallern die Dinger hier und da ist nix drin. Enttäuschung. Pur. Komm, ne Apfel. Okay. Ich weiß nicht, wo Hoshi ist. Der rennt planer so in der Gegend. Das sind wieder Kisten. Ja, ich bin auch so in so einem Raum. Mit Kisten. Halbbar nur 10 Gold, das ist aber auch nicht so. Ja, klar. So, jetzt nehmen wir uns mal auf das Schwert. Und gucken mal, wie sich das spielt. Ich habe eine Tür gefunden. Du auch? Ich habe mehrere gefunden. Okay. Ach, drück einfach drauf. Ich glaube, wir haben hier alles. Ich bin gerade schon ein bisschen weiter gelaufen. Hier ist auf jeden Fall kein Gegner mehr. Ich stehe jetzt vor einer Tür. Mal mach. Jetzt wollte ich gerade auf dem Schild klopfen. Geht nicht. Das sieht aus wie eine Falle. Ach, quatsch. Komm, wir gehen hin. Okay. Okay. Haben wir destroyed? Yes. Ein Boss kam. Der Boss kam aber eben schon. Many Boss fail. Bitte die Handkills. Pass. Saleskills. Fällt. Okay, jetzt dürfen wir unsere Kiste aussuchen hier. Aha. Ich nehme den mit dem Zong. Haben wir nur einen oder muss? Kann man zwei. Zwei. Okay, man kann zwei. Ich habe keine Ahnung. Hast du eine genommen? Ja. Aber nimm die hier noch. Die habe ich doch schon. Nimm die. Ach so. Dann kann jeder alle drei nehmen. Jetzt ist das Schloss hier umgefallen. Sollen wir Bonusraum reingehen? Turn to base. Bonus, wo ja auf jeden Fall. Bonus. Warum tanzt da oben ein Zwerch und Geralt von Riva? Juli, der sieht echt aus wie Geralt. Ich schieße ihn jetzt ab. Ich versuche das jetzt. Hier sind überall Kisten noch. Das geht nicht. Warte. Ne. So, drei Kisten habe ich jetzt genommen. Sicher auch, jeder konnte drei Kisten nehmen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir nochmal, äh, hier. Drei Upgrades verfügbar. Ich habe zwei. Dann gehen wir mal da rein, oder? Ich habe zwei Available Upgrades. Upgrade. Oh, 500 Gold. Yeah. Ich kann mir eine Rüstung kaufen. 540. Aber das war einfach, spare ich einfach, anstatt dafür Geld auszugeben. Assassin Mage. Wenn, dann hätte ich gerne hier sowas. 1000 Gold braucht man dafür. Ja, oder man kauft sich was. Baut du 150. Oder man kauft sich was Kleines hier, so 150. Erstmal. Aufmerksamkeit, Sneaking Up 20. Damage to Ration, Area of Effect. Nee, ich spare noch. Ja, okay. Ich komme sofort den Dungeon. Ah, ja, hier können wir jetzt sagen, was wir haben. Drei Punkte zu vergeben hier oben, okay. Dexterity. Stealth Speed Range Damaged Up. So, alles auf Stärke. 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 Und Krieger, so wie immer. Intelligenz. Magic Pulldown. Punkt hier jetzt auch wieder, oder war? Stealth Speed Range Damaged Up. Den einen Punkt lasse ich da drin, egal. Ich mache hier zwei. Ich werde zum Einmal bei den Waffen gucken, ob sich da irgendwas geändert hat. Einer, so, okay. Champ of Heroes, Champ of Weapons. Weil da in der Mitte von dem Raum, da steht immer eine Kiste. Ich glaube, da können wir die dann... Da, ja, sechsmal steht da jetzt bei mir drüber. Können wir sechs Kisten hier aufmachen. Ich muss gleich nur, wenn wir nochmal weiterspielen, muss ich nochmal kurz neu starten das Spiel. Was ist da? Der Iron Decker ist jetzt bei mir Level 3. Was macht man hier jetzt? Oh, da haben wir einen Upgrade gekriegt. Ah, da hier. Ach so, die Kisten, die man sammelt, sind alles Upgrades. Holzschild. Armbrust. Hä, was ist das? Ich habe einen Haltrank freigeschaltet. Ich habe ein Magiebuch freigeschaltet. Ich auch. Ein Schild Upgrade. Kann man nicht sagen, alles auf einmal. Oh, ich habe alles schon aufgebraucht. Irgendwo war da jetzt hier ein Trank. Wo ist denn da? Was ist das denn hier? Wow, ich habe eine Pistole. Ein Heiltrank, okay. So, der Bogen, der kommt erst mal weg. Scheiß brauche ich nicht. Wie viele Kisten habe ich denn eben gesammelt? Oh, ich sechs. Ich rüste mich vielleicht auch nochmal neu auf. Hey, habe ich meinen Köcher noch auf dem Rücken? Ich gucke, warte. Ja. Oh Gott. Ich kriege das Pisting nicht an. Das ist schwer, ey. Dann ist ja irgendwie Grip halten und dann Trigger drücken, ne? So, jetzt. Scheiß, nehme ich nie wieder mit. Wow, ich habe ein cooles Schwert freigeschaltet, glaube ich. So, ich habe jetzt einen Heiltrank mitgenommen. Geil, da hat das überhaupt... Also, damit werde ich keinen Gegner erledigen, glaube ich. Was? Nee. Das geht ja gar nicht, ey. Komm, 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 stirb, stirb. Boah! Stirb! Bei mir ist alles grau. Schieß! Wow. Sind wir tot? Ich auf jeden Fall. Ja, ich kann dir einfach zugucken. Nee, jetzt sind wir. Also, das Zauberbuch ist komplett was für einen Arsch. Was kann ich jetzt schon mal sagen? Kannst du nicht gebrauchen. Willkommen zurück, Dungeon Knight. Willkommen zurück, da ging ich schon immer wohl schnell, ne? So, gucken wir mal, was wir sonst noch hinterher brauchen können. Also, ich glaube, ich bleib bei... bei Schild und... und Schwert. Jetzt aber. Es regnet wieder. Sind die immer anders? Die, die, äh... Dungeons hier. Ja. Boom! Der ist voll in meine Falle rein. Also, die sind schon härter geworden, ne? So ein bisschen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal drauf geschossen. Du kommst hier nicht! Vorbei! Oh, ich bin schon wieder fast vor. Ha! Hast einen Heiltrang mit, ja. Habe ich eigentlich auch einen auf dem Rücken? Nein. Okay. Ich wollte mich eigentlich auch noch auf dem Rücken genommen haben, aber es funktioniert ja irgendwie nicht. Und Level ab, habe ich. Läuft auf jeden Fall jetzt ein bisschen flüssiger nach dem Neustart. Oh, was haben wir hier wieder? So, jetzt spiele ich auch noch mal mit Schild und... Das ist ein süßes, kleines Schild, was man dann da hat, ne? Ja, ganz viel ist da nicht. Ach, du bist da noch. Ich denke mal, was geht denn nach? Es geht die Treppe runter. Was hast du denn da für eine Waffe? Äh, die Kolben. Aha. Wow! Ich bin der Fernkämpfer gerade. So. Ich glaube, ich habe so langsam den Dreh raus. Ich bin trotzdem verwundet. Vorsicht! Oh, Reiner. Schießt, schießt, schließt! Mando. Wounded. Komplett klein gemacht. Heute gibt es Gulasch. Ja. Kann doch mal so ein Schinken oder so drin sein. Hey. Hier sind Kisten. Oh. Oh, hier ist ein Geheim. Da war es aber ein Geheimbereich. Ich muss erst mal die Kisten hier klein machen. Da ist der komische Zwerg mit dem Sprit in der Hand. Ich habe sie in der Kiste gefunden. Okay. Ich weiß nicht, ob du sie aufpasst, wenn sie da ankommt. Ich komme jetzt. Ich bin wieder healthy. Aber bin ich denn hier im Raum? Ja, sauber. Super, dass das Ding funktioniert hier. Snap-Turn funktioniert manchmal, manchmal nicht. Wo war das? Unter Wasser hier? Naja. Okay. Hier ist eine... Also, das war nicht das Wasser, was du meintest. Ich bin tot. Achso. You will respawn in the next room. Okay, ich bin wieder da. Und ich bin nicht mehr healthy. Das ist auch Wasser. Ja, jetzt einfach mal rein. Schaff, ich guck mich, was passiert. Aber solange einer am Leben bleibt, ist das ja okay, ne? Wenn man nur einen Raum weiter muss. Aber ich bin trotzdem verwundet. Ist nichts im Wasser. Voll doof. Ich brauche da mal was zu essen, hier an Schinken oder so. Opfel reicht aber nicht. Ah, nichts zu essen. Kann ich durch? Ja. Okay, hier müssen wir wieder... Teleportieren. Das tut mir jetzt nicht an. Wenn ihr bei mir sagt, das geht nicht. Ja? Doch. Wir sollten die Ghostbusters rufen. Wir sollten die Ghostbusters rufen. Alter, ich bin fast tot. Ich bin tot. Okay. Dann muss ich jetzt... Nicht drauf gehen. ...vorsichtig agieren. Wow. Ich habe hier fast gerade meinen Greenskin runtergerissen. Ich bin gleich da. Ja, ich sehe das ja. Ach so. Hallo. Und jetzt. Okay, da ist nichts. Also Treppe hoch oder da dann? Ja, mal hoch wieder. Oh, scheiße. Ich bin schon wieder tot. Okay. Das ist nicht so. Ich auch. Alter. Boah, man erschreckt sich immer vor der Bulle, wenn die auf einmal nebenbei stehen. Fuck. Welcome to the dungeon. Also einer ist tot schon, wo ich drauf geschossen bin. Aua. War klar, dass die dann auf einmal auch Fernkampfwaffen haben, ne? Ja. Aber wie schießt ihr denn auf mich? Will der mich verarschen? Soll ich mal geschafft haben, oder? Ja. Guck mal, dass da mal ich jetzt. Ha, erwischt. Ja, ich hab's geschafft. Geld. Give me all the money. Ist gar nicht schlecht, die Muskete. Oh, muss man da lange auf die Kisten hauen. Sag Bescheid, wenn du so weit bist. Dann geh ich in die Tür rein. Ja, frag mal. Ja? Ja. Die Muskete ist geladen. Den hast du direkt ausgeschaltet. Also wenn man trifft, ist Einschluss in die Daunen, ne? Ja. Sieht so aus. Wir müssen dann gut uns koordinieren, glaube ich, wer zuerst schießt. Wir dürfen unser Pulver nicht verschießen. Oh, wo geht's denn hier lang? Ah, okay. Hier können wir runter, die Treppe runter? Treppe runter ist immer gut, ne? Ist immer eine gute Idee. Hoch, runter. Alles gut. Oh, da oben liegt wieder Gold. Da ist einer. Ich schieße. Ich schieße. Ist er wieder am Sammeln, ja? Ja. Wie der Geier. Oh, schieße. Boom! Level up. Ich auch. Also wir kriegen ja wahrscheinlich beide gleichzeitig, oder? Ich bin verwundet, ich hätte den Chicken gut gebrauchen können. Okay. Hier geht's nicht weiter. Oh, hier ist noch Gold. Was? Das wusste ich nicht. Hä? Wo geht's denn hier jetzt lang? Direkt beim Eingang war eine Tür. Da geht's in Treppe. Da ist auch noch eine. Da, ja. Ich denke mal, dass wir da lang müssen. Da ist eine Falle. Gehen wir da mal lang? Jetzt haben wir schon Fantasy-Spiel, dann ballern wir auch eh wieder rum. Wir kommen nicht vom Shooter weg. Also am nächsten Mal ist er nicht Magier gespielt. Ja, aber der ist irgendwie noch nicht so toll. Ne, da muss man echt nur nochmal mit den Entwicklern sprechen. Müsstest du Broken Sealed spielen. Das geht auch cool. Kannst du richtig mit, weißt ja, mit Sprüchen, die du richtig aussprechen musst, zaubern. Ja, ja. Ja, wir sind jetzt hier los. Oh. Das war ein Sauber, oder? So, den nächsten Schienen kriegst du, wenn ich einen finde? Ich hab schon eben eingefordert in den Kisten. Ah, okay. Also ich bin healthy. Ich bin da hier. Jetzt bin ich rounded. Healthy. Also ich habe echt irgendwie Performance-Schwierigkeiten. Bei mir läuft das eigentlich, kontinuierlich gleich schlecht. Ich hoffe, das tut das nicht, aber könnte besser. Durch. Ja. Ne. Aber da sind wir doch gar nicht hergekommen, oder? Wahrscheinlich schon. Ja, ist auf jeden Fall... Das Spiel wird uns in die Irre führen. Schießst du? Was? Da ist noch einer. Okay. Ich habe direkt geschossen. Das heißt dann, alle Gegner sind down, oder? Oh, was? Was packe ich denn hier jetzt rein, ey? Ach, einfach hier durch. Ich wollte eigentlich nur nachladen. Schieße ich direkt. Auf wen schießt du? Auf die Kisten. Böse Kisten. Ich schieße auf die bösen Gegner. Ich schieße auf die Böse. Ich schieße auf die Böse. Ich schieße. Ich habe zu spät den Halt herangemacht. Ich weiß nicht, ob noch was lebt. Bei mir ist das komplett grau. Ja, da kommt einer auf die Zuge. Ne. Wo ist der? Alter, wie schnell ist der? Mann, da wann ist man sicher, oder? Äh, okay. Komm. Also, komm, komm, komm. Hä? Mann, da muss man auch mal... Komm. Warte, warte, warte. Geh mit dir. Das ist ein Schinken. Okay, jetzt kann... Ich bin zwar wounded, aber... Ich habe wieder Farbe. Noch ein Schinken wäre nicht schlecht. Oh, jetzt haue ich hier gegen die Wand. Geht auch. Oh, es ist dunkel, es ist dunkel. Hast du eine Falle? Wow, ist das auch eine Falle? Das wäre übel gewesen. Die Lümbels. Ja, so. So. Da ist einer. Schießt du zuerst? Oh, da sind mehrere. Die Lümbels. Oh, da ist der. Oh. Oh, da ist der. Das hört sich gut an. Ah, das ist wieder ein Schlüssel. Ich sehe ihn auch, glaube ich, schon. Ja. Ja, wo? Ach, da, okay. Ist hier noch jetzt irgendwas? Oh, das Gold. Gold. Vielleicht kann ich mir dann gleich die neue Rüstung holen. Was hier oben noch weißt? Nö. Da hinten sind aber noch Kisten. Was uns die wenigstens noch holen? Oh. Hört sich schon komisch an. Ach, einmal mit der Pistole drauf und dann ist er weg. Oder zweimal. Da komm, warte. Oh, oder auch nicht. Das ist ein Ende. Ja. Ich bin gleich down. So schnell ich kann. Du musst schießen, Hoshi. Ich muss ja auch nachladen. Okay, ich bin nahe tot. Steht da. Near death. Okay, da war man ein würdiger Endgegner. Ah, die Performance macht das echt ein bisschen kaputt. Den Spielspaß. Hau'n um, Junge. Oh, ich bin tot. Du gucken kann, was du machst. Das ist geil gemacht. So trifft der der nicht. Was ist das für ein Scheiß. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie oft ich den getroffen habe eigentlich. Hä? Ich stehe da direkt vor. Ich habe den Ausstiegs-2-Fan getötet. Ja, ist egal. Mist, du bist auch tot? Ja, das ist total beschiss. Man funktioniert das mal nicht. Und was ist das hier? Low Armor takes 33% extra Damage. Ich will am liebsten Magier spielen. Komm. Wie kauft man die? Irgendwie anklicken. Wow, you look stunning. Ich bin Mage. Ja, Leute. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Selbe von mir. Ich beabschiede mich auch. Und wir können noch einmal mit der Moskete schießen zum Abschied. Hoshi hoch. Und tschüss. Alles klar, ciao.